Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren HG und ich habe mir heute einen alten HG-Veteran eingeladen. Was bist du? Ja, C3. Du nicht? Nein. Du hast doch gerade C3 gesagt, oder? Ich habe A3 gesagt. Gut, auf jeden Fall, alter HG-Veteran ist dabei. Alright, also mit dabei ist Danny. Danny, sag jetzt mal so ein provisorisches Hi. Hi. Okay, und ihr seht schon, ich spiele das Kid Gladie, das ist ein Anti-Teaming-Kit. Das funktioniert so, sobald sich mehr als eine Person in deinem Umkreis befindet, kannst du einen Spieler in den 101 verwickeln. Das heißt, du kannst ihn nach oben in so einen Glaskasten horten. Ja, dann. Und das ist auf jeden Fall ganz nice. Und ja, mal gucken, was wir für eine schöne Runde für euch hinkriegen. Ich hoffe, da kommen jetzt noch ein paar mehr Leute rein. A55 ist wenig. Weißt du, C, O, du bist. Was? Ich wollte das. Junge, was ist das? Du warst das selber am Anfang in der Runde drin? Fahr an A3. Ja. Du bist C3. Bin ich C3 gekommen, du bist an A3 gegangen. Was ist das? Also, ihr seht schon, heute gibt es eine schöne Runde Hage. Ich versuche euch ein wunderschönes Gameplay zu erspielen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich muss euch ganz kurz eine Story erzählen. Und zwar habe ich denn ihr davon erzählt gehabt, dass ich mir ein paar Socken bestellt habe. Fragt nicht, warum ich ihm das erzählt habe. Aber Danny, willst du noch vielleicht deinen kleinen Überlebens-Tipp in Richtung Socken den Zuschauern erzählen? Ja, immer. Auf jeden Fall. Wenn ihr kalt Füße habt, ich gebe euch einen Tipp. Ich schätze. Wenn ihr ein Feuerzeug da habt, zündet so für eine Millisekunde euer Feuerzeug, ich werde sagen, eure Socken an. Ihr wisst, da kommt so eine Hitzewelle über den ganzen Fuß, also über die ganze Socke. So, und jetzt noch mal für alle, nein, probiere ich das auf keinen Fall aus. Egal, was euch Danny für irgendwelche Tipps zu geben. Kann Tutorial hochladen, extra dafür. Also Leute, macht das bitte nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Jungen falsch ist, aber der hat es vorhin so einfach erzählt, als wenn es das Normaltes ist. Ich habe nur 15er Recroft, das kann eine ziemlich interessante Geschichte werden. Was denn? Alles okay bei dir? Ja. So eine Scheiß-Kummer bräuchte und ich habe gedacht, da steppt gerade eine hinterher. Alles gut? Jojo, ich bin kein Füße. Nur noch vier Suppen im Gladi-Feld. Ich hatte ja gefahren, Mann. Ich bin tot. LOL. Ich habe ihn. Ben? Oh mein Gott, ich werde gekillt. Ich habe keine Suppen mehr. So, was bist du? Minus 10 und minus 365 als Kangaroo. Ich bin tot, Danny. Bist du tot? Ja. Kommst du? Also bist du. Nein, Zerex hat ausgelöst, Junge. Ich kippe, was ist das? Junge, ich gehe einmal. Ich habe einmal zu dir. Ist Zerex, der mit Grappler und tötet mich. Dann hätte ich den noch gezogen. Gut, das war es mit dem Video. Ciao. Warte, Fotoschassi, du musst pissen. Warte, du musst pissen. Da sind drückt. Hey, chill. Support wieder da. Ja. Gut, ansonsten hoffe ich, euch geht es allen soweit ganz gut. Gut, ich habe mir ein paar Socken bestellt. Ne, ich bin im Moment, habt ihr vielleicht mitgekriegt, habe ich ja in der letzten Folge SMYP auch erzählt, gerade am Machen meines neuen Texture Packs. Ich hoffe, das werde ich in den nächsten Tagen auch bald fertig kriegen. Ich bin gerade dabei, die Blöcke zu machen. Ich mache wirklich 100% der Blöcke. Heißt, jede einzelne Blocktextur wurde von mir gemacht. Bedeutet, ich saß auch zum Beispiel gestern bestimmt so eine Viertelstunde allein an den Rosenbüschen. Ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird ein 32er Smooth Pack. Wird auf jeden Fall ganz cool, denke ich. Und ich hoffe, genauso cool wird auch diese Runde jetzt, ob das mit Danny so funktioniert. Mal gucken. Mois, 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 Mois. Hallo. Hi, na, alles gut. Wusstest du, wenn du von einem Cave-Spider gebissen wirst, bist du dann ein Cave-Spider-Man. Ist das so, oder was? Ist so. Das Gladi-Kit habe ich doch eigentlich schon erklärt in der Runde vor, ne? Ne. Doch, habe ich. Doch. Habe ich es erklärt? Ich meine, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so ist. Und vor allem, wenn Danny dir sagt nein, dann erst recht stimmt es. Scheiß, fünf Äpfel, ne? Mal deck ich spiel. Oh, AC, Junge. Die fünf Äpfel fackt mich so ab. Ich kann ihn nicht droppen. Herr Äpfel, immer ein HG behalten. Ist ganz gut für die Situation. Oh, weil es ein Zweier-Team ist. Oh. Aber ich bin eingegladdiert. Okay, ganz gut. Bitte schaff es einfach. Ich... Ich gebe mein Bestes, aber ich habe wenig Recraft. Ja, wenn sein Team-Händler da unten noch käme, so. Er kann mich ja so direkt clean. Jeder Fight, den ich hier habe, der Typ, alle haben irgendwie so viel Recraft. Der Fight hat irgendwie ein anderes da. All right. Ja, halt. Ja, warte, Recraft, nimm, 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 ich habe, ich habe Recraft. Gib, gib, gib. Danke, Digga. Jo, jo. Ich hoffe, dass das jetzt keine falsche Entscheidung war von mir. Fein. Hast du einen? Ja. Sehr schön. Den Anker. Sag mir bitte, dass du Stack-Stack jetzt hast. Ne, habe ich leider nicht. Aber warte, ich versuche den anderen, der muss, glaube ich, Recraften. Oder irgendwas muss er machen. Nein, Junge, ich bleibe bei jedem Blatt hängen. Ich habe einen. Ah, mh, this powerful apple tastes so gut. Oh, man, it's so, so gut. Oh, fuck. Willst du einen Teil? Ja, gib mal ein, gib mal ein Piece. Boah, die Hülsen, das Hülsen, das benutzt das Hülsen. Ja, dein Dödel darf ja nicht hängen im Fight. Oh, das ist ein Full Iron. Willst du, gib mir mal deine Rüstung. Na, glade ich den. Bevor hier einer zu Schaden kommt, ne? Ja, dann mach mal. Er lag ein bisschen. Also, könntest du Ghost killen? Habe ich ja richtig Bock auf so einen Fight direkt am Anfang. Wenn du nicht anderweitig Probleme kriegst. Aber wenn ich den gekillt hätte. Und das habe ich. Aber mein Herz, meine, meine saure MMMMM. Der Valentinsack macht mich ganz krank. Krank vor Liebe. Wie soll ich das Video nennen? Romantisches Dinner mit Danny? Wie damals mit dem Eis? Bro, es war zu dieser Jahreszeit auch. Ich bin damals und ich bin vor kurzem unser alter Chatverläufe durchgegangen, ne? Oh Gott. Junge, was die für Scheiße geschrieben haben, ne? Jo, Danny, hier ist eine Lieferung für dich. Jo, ich feite grad. Wenn du willst, kannst du den abholen? Jo, wo bist du denn? Na, wenn der jetzt... Was hat der versucht? Keine Ahnung, vielleicht wollt ihr auch noch irgendwas eintippen. Was war Science Mission? Wow, hä? Der wurde instant für Autoclicker gedingst. Ah, er hat's motiviert. Motiviert, Alter. Der Fall fliegt jetzt rum und kritisch aus. Könnte natürlich auch sein. Oh, Kombo. Oh, Basti. Oh, Basti. Bleib doch ruhig. Ja, Moin, was geht? Sah lecker aus, oder? Hi, Junge. HG macht Spaß, oder? Warte, zeig mal dein Skin nochmal. So ein Annicken. Soll ich Annicken. Nicht Ansnicken. Achso, Annicken! Oh mein Gott. Du hast genickt. Hast du gedacht, du sollst nicken? Ja, ich... Ich hab ja auch genickt. Ja, nicken, was ist denn? Ich sag, hä? Was soll ich jetzt nicken? Was bringt dir das hier? Ja, okay, komm. Meistes Leben ist halt so, wie es kommen muss. Basti, du hast... Du hast den Wind gewonnen. Oh! Ich hab geschafft. Du verkackst! Du verkackst! Ich leg dich ab. A, B, T, D, E, F, G, H, J, K. Weißt du, was es nämlich gibt in HG? So was wie Karma. Und damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich bedanke mich bei Danny. Danny ist ja jetzt auch wieder richtig aktiv am Durchballern. Deswegen schaut auf jeden Fall auch bei ihm vorbei. Wir sehen uns um 21 Uhr beim nächsten Livestream. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Und ciao. Adelhan Peter Pan.